Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen zurück! Ich begrüße Sie herzlich. Heute freue ich mich besonders, denn wir haben unseren Erholungsexperten zu Gast. Fühlst du dich auch manchmal müde oder schwach? Dann bist du wahrscheinlich eine von vielen Menschen, die unter Fernweh leiden. Aber zum Glück habe ich für dich und unsere Zuschauerinnen gute Nachrichten. Ihr Leiden hat ein Ende, wenn es am Sandstrand von Italien liegt. Garantiert vor uns Rugerreisen. Ja, Italien ist etwas ganz Besonderes. Wir geben unseren Kundinnen die Möglichkeit, den gewöhnlichen Problemen ihres Alltags zu entkommen. Vermisst du auch diese innere Ruhe? Volle Sorglosigkeit, losgelöst vom Stress des Alltags? Sag, was machst du am allerliebsten? Ich verkaufe nicht nur Reisen. Ich kümmere mich auch um das Zubehör. Wusstest du, dass der Sand Italiens eine durchschnittliche Korngröße von 1,25 Millimeter hat? Haha, rate mal, wo ich heute vor zwei Wochen war. Auf Lampedusa? Am Spiaggia di Kornidli. Und deshalb rede ich heute nicht bloß irgendein Werbetext. Nein, ich teile meine ganz persönliche Erfahrung mit dir und unseren lieben Zuschauerinnen und Zuschauern. Lass mich dir kurz eine Anekdote erzählen. Als ich eines Morgens sehr früh aufgewacht bin, hatte ich beobachtet, wie einer der Bediensteten mein Strandtuch genossen hat und auf die Wiege gelegt hat. Die Menschen dort sind echte Engel. Und was man geboten bekommt, gleicht einem Wunder. Da ist nicht nur der Sandgurt sortiert. In unserem rundum sorglosem Kind ist nichts für die Unterkunft enthalten. Nein, Gorotonieros, Sandstamm, Sterbliche Qualen, All Inclusive. Schau, ich habe dir einen Eimer mitgebracht. Er besteht aus hochwertigem Polypupylen und kann ganz einfach als Aquarium benutzt werden. Wozu kann der Reisbett fahren? Holen sie sich ins Piaggia in ihr Wohnzimmer. Dieser einzigartige Dreiklang aus Sattstadt. Und unsterblichen Qualen ist der Hingucker auf ihrer nächsten Gartenparty. Wo wir reisen garantiert, die Leute werden können. Zögern sie nicht, wenn sie noch heute zwei Stück bestellen, erhalten sie den dritten. Gratis der Söhne. Da schwimmen ja wirklich kleine Tierchen. Und du hast mehr als zehn pro Stück 14 bis 32 Tentakel. Kann man mit denen reden? Willst du mehr über die versterblichen Quale erfahren? Dann wählt ihr 0,11-347-673. Ihr werdet als 0,15 mm große Qualen im Mittelmeer gebogen. Setzt euch am Boden fest und könnt im Meer atmen. Ihr besteht aus einem Stil mit... They consist of a stick with tentacles, look like underwater treelats and can breeze in the ocean. Mox 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 Mox. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020